Es ist prinzipiell nicht schlecht. Er hat nur leider ein bisschen von seinem Rückenmark zu kämpfen, der gute Kollege hier. Oh Mann, hier. Siehst du das? Da kämpft er dann ein bisschen gegen die Kabel da unten. So weit schafft er es. Oh, er schafft es sogar weiter. Wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht. Geht es halt nicht weiter als so. Was haben wir denn da? Neun. Ja, wäre auch okay. Läuft. Ja.